Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier gesendet von der Erde. Nun spielen wir hier, wie man sehen kann, Planetary 2 und wir sind als Leiter-Sword auf dem Continent Amorish. Hostel wurde gerade von der Terranischen Republik erobert. Hier ist es gerade 21 Uhr. Und wir gehen mit Auto-Join direkt in die Schlacht hinein. Wir schauen, wie wir landen. Dann landen wir hier auf das Flugfeld. Oh, da hinten sind schon lecker. Ah, die Entfernung mit dem Karabiner ist ein bisschen blöd. Wir gehen näher ran. Wo ist das, verlieren wir die Basis. Ja, wir haben erst einen Kill. Oh, manometer. Hat das... oh, Obelis. Keine Ahnung, von wo der jetzt kam. Oh, der Planetary's Edge 2. Ja, das ist kein Spiel für Anfänger, Planetary's Edge 2. Irgendwie... Guckt um die Ecke und man wird... Und der ganze Armee sieht man und schießt auf einen. Oh, das ist viel in der Weltkampf hier. Mann. So, Helle, wie gut können die denn zielen? Er hat nicht mal Schaden genommen, wie es aussieht. Der Schild von dem was alles ab... Das alles... äh, Schild abgebogen. So, wow. So, wow. So, da, jetzt stürmen wir hier mit... der ganzen Armee. Heiße Granate. High-Touch-Kill-Assist. Oh, NS-Dezimator. Wenn Granate hat da nicht mal was gebracht. So, da kommt ein Medic oder so. Na, da kommen schon Medics. Da werden wir belebt. Sehr gut. Ja, das ist leider Saul in den Räumen. Ist nicht so toll, man kann hier nicht durch die Gegend fliegen. So, da landet gerade einer. Und springt runter. Da landet wieder einer. Können wir messern. Ja, wir haben ihn getroffen, mit dem Messer. Ja, wir haben Messer-Kill. Wir haben Messer-Kill. One-Sikus-Pieres. Wir haben Messer-Kill. Ah, die Runde läuft. Ah, hier sind viele Maxis. Oh, Mann, ist das hier wieder voll. Und wir haben die Basis noch gerade eben noch vorablaufen. Da haben wir noch mal jetzt Oberhand gewinnen können. Es brauchen wir 13 Minuten. Und dann Balken wieder zu füllen. Und dann kann ich mich jetzt ganz erwarten. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kann Kraft nicht. Hier sehen wir Mosquito. Hier sehen wir Spawn-Punk. Oh, Mann. Ich bin normal. Wir sollten an 3-3 arbeiten. rhythmische undức hochlaufen. Aber was alles besser ist denn das passiert ist. Ich brauche Hilfe, ich mache Hilfe, Ich wollte ein kleines Brötchen für Oshu rausnehmen und eine neue Unterwasser-Base erobern. So, wir haben dich zurückgeschlagen, wie es aussieht. Oh, verdammt. Wir werden abgeschossen, werden abgeschossen. Okay, wir haben einen Kölner, wir haben einen Kölner, wir haben einen Kölner bekommen. So, wo sind wir denn hier? Wo sind die Gegner? Wir haben einen Kölner. Okay, kämpfen wir jetzt gegen die NCs. Oder gegen die Neuen, wie man in Psychose gesagt hat. Ah, das war eine Stimme, die habe ich gehört. Ich habe die Völker von Planets 2 gehört, die Fraktionen. Die Terraner haben sich die Veraner genannt. Die Neukonglomerate hat sich die Neuen genannt. Die hatten immer Schmerzen gehabt, haben sie mir gesagt. Und, ähm, die Vanus, die sind einfach Vanusianer. Das war, wow. Da ist von einem Neuen abgeschossen worden, gerade während ich hier verrede. Jetzt schießt mir nicht der andere ab. 10% aus. Die sind aus gar keine, ich bin festgelegt, wir sind in seinem Weg, aber ich kann es gerade erkennen. 19, 20%, 49%, keine Ahnung. Hier sind gar keine Verbündeten. Scheiße, was habe ich jetzt eigentlich geklickt? Deploy geklickt, scheiße. Da können wir mal nachgucken, wo wir jetzt hier kämpfen können. Wo werden wir gebraucht? Ja. Richtig durchgerastet, die hier ziehen. Scheiße, wir lassen das Outfit. Oh, Continentalarm. Kontrollterritory, Unlock, Unlock, Amorisch. Okay. Hier, hier könnten wir mal spawnen. Hier sind Gegner und so ein Flugfeld, wir nehmen die Moskito, wir fliegen mal ein bisschen. Wie lange nicht mehr geflogen. Hier ist auch niemand mit dem Moskito. Moskito, wir nehmen den Bomber. OP-Abfangjäger, ja, der ist OP. Abschreckung. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. So, jetzt haben wir hier Banshee und die Hellfire Rocketpots. Das ist ein Bomber. Nachtvisier. Wir fliegen jetzt mal hier hin. Im Dockfighten bin ich nicht mehr so gut vor, war ich besser gewesen. Aber jetzt, uh, da ist einer. Aber der hat auch nur eine Licht-PPA. Wir können ihn ignorieren, der greift uns nicht an. Ich denke, wir werden sogar auf. Wow. 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 Vielleicht habe ich abgeschossen. Ja, jetzt habe ich Flares gedrückt. Ich wollte wissen, welche Klasse Flares drücken ist. Ich wollte wissen, ob die F-Taste Flares bedeutet. Und ich habe Flares abgeschossen. Und wieder hinter uns ist eine Side. Hätte rauspringen sollen. New River. Wow, wie ist der denn gestaltet? Der ist richtig bunt. Schaut euch mal an, wie klein bunter ist. Was ist das für eine Camouflage? Oh, die Spendierentwickler. So ohne Tarnung rauszubringen. Schaut euch die Tarnung mal an. Oh, ich kriege mal der Plepsee bei. Ist ja. Okay. Ich muss keinen Kill bekommen. Wir starten jetzt mal als Engineer. Hier nehmen wir mal die Moskito. Ah, ich hätte vorher fliegen sollen. Da waren die Flugzeuge noch umsonst. Das kosten die Naniten. Gleich angeschossen worden beim Start. Wow. Was ist das? Scheiße. Zwei Skyguards. Zwei, drei sogar. Da ist sogar ein drittes Skyguard. Ich habe nur noch einen dritten gesehen. Okay. Das war nicht gut. Gehen wir hier weiter ran. Das Infrared. Ich bin sehr gut mit der SV99. Ja, das ist gar nicht SV99 hier. SV99. Weil es die Computer war. Ich weiß nicht, was die macht. Sprester nehme ich nicht. Aber wir gehen jetzt das leichte Infanterie einreiten. Mit dem Karabiner. Das ist von hier. Und wir sehen, wie kann der nicht mehr. Die sind auch schon ein Gegner. Scheiße. Heavy. Aber sogar angeschlagen. Hätten wir erschießen können. Das Spiel lag gegen Gott. Mein PC trotzdem zu froh. Das ist nicht mehr. Er hat überlebt. Nachladen. Oh, blöde. Obitalstrike. Ich bin mit Körnz Ah, den Orbitalstrikes Scheiße Boah, jetzt ist das wieder voll. Okay, jetzt da ist halt, was da war, ich meine, was nicht. Und wieder der Orbital Strike, direkt auf die eigenen Leute. Noch einer! Also langsam bin ich mir nicht dagegen, dass die Orbital Strike eingeführt haben, so ist das eigentlich noch mal gekommen. Aber trotzdem sind da noch so viele Gegner, schau euch mal an. Alles Purple. Ich bin dann nach der Purple Autofyrie, ja, die haben... Vielleicht, äh, welche Flasal 2, wenn da rein ist, nicht, hat der ja die U2-Videos gemacht mit ihnen. Oh, wir haben einen Kill. Killstrickstop sogar. Also, ich hab ja Videos gemacht mit den, ähm, Sound-Voice-Fights und Sprach-äh-Dateien. Und die... Ja, da gibt's welche, die werden nicht benutzt im Spiel. Zum Beispiel, da sagt der Soldier, I can't knock the purple out of you, oder so ähnlich. Oder Start-Point-To-Vanu. Und, äh, die kommen einfach im Spiel nicht vor, sondern die kann man nur in den Spieldateien herauslesen. Das hab ich gemacht. Oh, und dann, uh, siehst du da. Mal gucken, ob wir mit dem... ...muss die Länge überleben. Dann lädt die Karte. Wow, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Wow, ich kann mich nicht bewegen, was soll das? Wow. Wow. Wow, scheiße. 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 Ey, was ist denn so ein Witz, oder? Nein, ich hab' da mal geschossen. Ohhhh. Ja, es war Sky Garsen. Wer schießt uns ab? Einer mit einer Frogman. Mit einer Unterwasserwürfe. Oh. Das war ja ein Spawn. Speicher. Oh, Manometer. Da ist einer. Scheiße, ich kann mir das mal sehen. Ist er auch beschossen worden? Nein, der ist zu... Ah, der hat einen C4, hab' ich noch gesehen, wie er das C4 gelegt hat. Hat uns in der C4 erwischt. Der hatte Glück gehabt. Habt ihr das gesehen? Scheiß, Lacker. Scheiß, Lacker, ey. Oh. Wir haben die... Ja, Fallback, regroup. Wir haben hier mal ein Sonderer Spawn. Wow. Merkt sehr nice. Wir haben drauf gehalten, wie wir konnten. Dann wird das nicht gereicht. Jetzt wäre der Sonderer zusammengeschossen, der ist auch schon zerstört worden. Hier ist noch ein Sonderer. Jetzt ist es hier. Wie ein Bürgerkrieg in Syrien. Jeder gegen jeden. Ganz fies und da. Kämpfer gegen die Banus und gegen die Terraner. Ah, wir haben Sonderer zerstört. Hä, was soll er scheiß? Wieso ist die Granate nicht geworfen worden? Gut, ich weiß, die ist sowieso so. Gelegt, aber... Ah. Hab doch gesehen, ich hab' die Granate geworfen. Jetzt war ich getroffen, aber er hat mich total verwirrt. Auf jeden Fall, dass viele Gegner hier sind. NC sind auch das zu 90%. Gehen wir hier in Westpass Watchtower. Wir haben Biananiten. Wir können jetzt... Das ist heute nicht, äh... Doppel XP. Keine Ahnung, wollen wir keine Doppel XP haben. Wir sind kurz vor Rang. Rettler Rang nur 100. Okay, jetzt können wir die... Oh, wer ist? Da ist ein Gegner. Scheiße, wir haben angeschossen. Ich hab' den Kill hier, den Bink-Kill. Naaah, das war ja toll geflogen für einen Kill. Können wir noch mal spawnen? Nee, wir haben keinen Aniten, die Brecher, ey. Mann, ist das ein Scheiß-Dreck. Oh, wir verlieren hier. Die ganze Reihe, die wir vorher erobert haben, ist der VS gefallen. Hier kämpfen wir die VS gegen die MCs. Das ist erkannt. Westpass Watchtower, also wo könnten wir noch hier hin? Als Infanterist. Das ist gar für dich, hier ist ein bisschen was los. Oh, das ist blau. Oh, Mann, nein. Oh, war das jetzt peinlich? Oh. Ich hab' vorhin immer nur mit den Drifter-Jetpacks gespielt, die halten viel länger in der Luft, als nur das normale Jetpack. Und ich hab' mich noch nicht umgewöhnen können, wenn ich mir lieber spiele ich mir noch weg. Okay, gehen wir mal als Medic hinein, dann gucken wir, dass wir sowas als Medic machen können. Dann wählst du ein anschlängiges Sturmgewehr. Treffen ruhig trotzdem nichts. Dann haben wir keine Sitz-Energie mehr übrig. Ja, scheiß drauf. Vor allem nicht jetzt nochmal riesenglein, aber es ist mir zu weit. Oh, ein Sniperrons erwischt. Oh, das ist Plan 2, Leute. Oh, das ist wieder der Sniper. Oh, das ist wieder der Sniper. Das hab' ich mir extra hingestellt, damit der Medic mich wiederbeleben kann, und das kommt dann nicht. Na doch, jetzt kommt jemand. Manometer. Ah, das wollte ich gar nicht durch den Teleporter, was soll der Scheiß. Das soll ich nicht wiederbeleben. Also im Ausrat, hab' ich nicht die Waffen auswählen. Ne, wie komisch gemacht wird im Spiel. Puh. Leid die ganze Zeit. Erst hacken, hocken wir im Spawn-Room fest und kommen nicht weiter. Wir gehen mal hier rein. Mal gucken, ob hier was los ist, hier. Ah. Scheint wohl schon ein Gekämpfernt zu sein. Das ist alles gehobert. So. Na, gehen wir mal ziehen, das Biolab. Infanterie ohne die Karte ist das dann eigentlich so ein Biolab, da kommen nur Infanteristen rein. Wir werden jetzt hier auf das Ding landen. Nicht neben den Vanguard, aber nicht... Merkweiler, meinte ich. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Diesen Merkweiler. Was ist das denn hier? Baut jemand irgendwas hin? Dann ist es wieder abgebaut worden. Den haben wir. T-Bang wir den. Wir. Schon lange nicht mehr. Ich hab auch nie... Ich hab auch nie geteabackt, Leute. Ich hab auch nie geteabackt. Mal gucken, was passiert. Ich hab auch nie geteabackt. Boah, hier ist da ein Gegner. Der läuft hier einfach durch. Der läuft hier einfach durch. Was war das für eine Aktion? Das war eine Aktion, habt ihr den gesehen? Der Typ. Das war sehr mutig. Einfach nur durchgelaufen. Er hätte Kraft dann machen sollen, dann wäre er ja durchgekommen. You are in a restricted area. Nicht gut genug gezielt. Scheiße, nicht spawnen. Accept hier nur. Ich hab's geschafft. Das hier ist für die Granate, ne? Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Das war ein scheiß Leiter Sword. Eben nur ein Leiter Sword. Scheiße. Wir haben nur den eigenen getroffen. War auch total im Weg, der eine. Nein. Ja, da kommt keiner. Der hat ja ein Sanderer hier hochbekommen. Was ist denn das für ein Spiel geworden? Schaut euch das mal an. Wie hat er den da hingekriegt? Hä? Hä? Hau! Er schießt einfach durch die Gegend. Er hat den Sanderer hier hochgekriegt. Er ist ihm. Können die nun fliegen oder was? Ah, das Spiel überrascht immer wieder. Und wir laufen in die falsche Richtung und so, ne? Ja. Und wir laufen in die falsche Richtung und so, ne? Blieb ich gar nicht Zeit. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Entschuldigung. Und ich weiß es ziemlich, die Sparcke mal wieder ö renting sich um. Entschuldigung. Die Basen haben wir gehobert. Und wir fliegen raus. Ich weiß nicht mehr, ich hab nichts gemacht. Irgendwas hab ich gedrückt, vielleicht. Keine Ahnung, irgendwas. Das haben wir nicht bekommen, oder was? Nein, du bist. Wieso sind sie hier gelandet? Nein, 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 nein. Jetzt sind wir... Boah, scheiße. Scheiße, jetzt gab es die oberste Zweige. Wir müssen rein. Und wir wurden geteamkilled. Ja, den kriegen wir noch. Den haben wir nicht gekriegt, den kill oder so ein Ding. Das kommt mir von hin. Wir verlieren. Schaut euch das an, ey. Wir haben kaum noch Territorium übrig. Fliegen wir noch ein bisschen und dann... hören wir auf. So. Das Anti-Tank. Moskito, so. Okay. Ich hab doch die Moskito ausgewählt. Das hab ich jetzt wieder falsch gemacht. Hab keine Ahnung, was ich jetzt wieder falsch gemacht hab. Hier wird ganz klassisch. Hier vom Tempo. Ah, das ist ein Ding. Ich könnte mich vielleicht hier abgreifen. Liberator. Ah, das hat eine Flagg. Das hat vergessen. Ich bin ein Bomber, kein Jäger. Ah, scheiße. Jetzt hätte ich die Light of Salt nehmen sollen. Jetzt sind wir tot. Okay. Das hätten wir auch tun können, ne? Oh, hier gibt's wieder... Moskito, ne. Moskito. KD 23 Mal gestorben. Neun Kills. Okay, hab schon lange nicht mehr das Spiel gespielt, wie man sehen kann. Ach, ich soll den Placer 3 rausbringen, Leute. Wäre viele fixierender, glaub ich. Placer 2 ist irgendwie schon so alt. Und... Und halt immer noch Updates, was ja schön und gut ist, aber... ...nur als Placer 3 wäre nicht schlecht. Okay, wir sind rot. Verdammt, wir wurden abgeschossen und am blöden... Hä, schau noch! Verdammt, wir sind so viel höher fliegen sollen. Keine Ahnung, was ich machen soll. Aber einmal können wir noch. Okay. Keine Ahnung, was Placer 4 ist, wie eine Waffe ist, aber die Ranger hat uns hier eigentlich durchgeführt. War das auf dem Harassel? Oder was? Ja, ja, was denn. Okay. Nehmen wir zu Fuß weiter. Die Brücke sind nicht feindlich für den Panzer und so. Da ist unser Harassel was geschnallt. Auf Schließung kommen wir noch ab. Nee. Ich bin ein Enginierer, ich will dich. Können wir mal hier. Okay. Das hat nicht geklappt. Oh Gott, so. Jetzt kommt noch ein Mobile Strike. Okay, ich glaube... Ja, hör auf. Ja, hab jetzt keine Lust mehr. PlayStation 2 in 2022 ist immer... Ich warte auf PlayStation 3. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber immerhin wieder ein PlayStation 2-Video hochgeladen. Wenigstens etwas. Schon lange her. Schon lange mehr gespielt. Macht noch Spaß, aber es ist für Anfänger sehr schwierig. Und es ist für Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger auch sehr schwierig. Weil ich erneut in der Kriseur sehe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht so richtig das Oberkill war. Aber es sind schon ein paar lustige Sachen passieren. Ein paar Kills haben wir gemacht. Zandra haben wir gesehen auf dem... Ich weiß aber noch nicht, wie er den hochgekriegt hat, ey. Ich weiß gar nicht. Ich schreibe es mir in den Kommentaren. Vielleicht wisst ihr, wie man Zandra auch hier auf dem Bauerlepp bekommt. Okay, an euch viel aufzusehen. Bleibt gesund. Segen uns lesen. Es geht auch noch für euch. Fis zu gucken. Und hier kommt er. Tschüss, Leute. Ciao. Und hier kommt er. Tschüss.